Hallo! Ich komm immer noch nicht drüber weg. Ne. Der kann das wirklich gut. Himbeer ist zum Frühstück, weißt du? Er ist doch hier Rapstar, oder nicht? Natürlich. Rapstar, Alter. Er ist Rapstar, Alter. Rapstar. Oh, ein Apfel. Ach komm. Den lasse ich dir übrig. Komm. Komm. Geht doch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ach so, die kommen noch, Alter. Komm hier. Meine Güte, meine Güte. Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Was war das? Was? Oh. Meins. Guck mal, der ist nur auf mich fixiert. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh mein Gott, wie viel kommen wir denn noch? Das ist ein Barbarenkampf. Was willst du erwarten? Und du weißt, wie viel wir noch vor uns haben, ne? Wir haben jetzt eine ganze Folge für die ersten zwei Level gebraucht. Oh. Das wird wie ein etwas längeres Projekt. Wo bist du das da? Alter. Oh, fuck. Alles gut, der ist tot. Doch, einer. Ich glaub, das war die Tür. Ich hab ja gleich schon wieder Level abgelehnt. Ja. Oh, bei mir geht's. Oh. Aber es wird sich nicht ändern, dass du immer ein Level über mir bleibst, glaub ich. Doch, wahrscheinlich schon. Ich seh grad, wie schnell du levelst. Ja, wenn ich mal treffe... Irgendwann zum Schluss und so. Oh. Oh, oh. Da war ein Rabe. Das. Das ist die Arena, glaub ich, ja. Oh, ja. Ich wette zehn Dollar. Oh, ja. Zehn Dollar. Das ist auch so geil. Das ganze Spiel ist einfach so durch. Kommt demnächst übrigens, von den selben Entwicklern, kommt demnächst übrigens eventuell noch ein weiteres Game, ein Xbox Game. Ja. Also auf meinem Kanal. Also. Es gibt dieses Xbox Game schon. Achso, ich muss ja hier... Hab's gedacht, da kommt noch eins extra. Wenn die leider nicht. Oh mein Gott. Also die werden sicherlich noch was machen. Ich weiß nur nicht was, genau. Ah. Leute, du hast jetzt eine Heer Potion verbraucht. Ja. Leute. Ja. Geht doch weg. Hä? Du musst äh... Dingens. Gott. Du bist gleich... Ja. Ich verliere mal eben. Ja, doch. Der ist auf mich fixiert, Alter. Und Spaß. Ja, ich hau ihn doch schon. Gib ihn doch schon. Aua. Äh, wenn ich... Gib ihm. Ach, ich steck wieder... Ach ne, doch ne. Das bist du. Einen hab ich noch. Meine Güte. Ähm. Jetzt. Ich zauber ja auf ihn drauf, weißt du aber... Er ist einfach... Help! Ja, schön, dass du mir hilfst. Muss ich echt sagen? Mach ich doch. Ähm. Zauber halt nicht in die Richtung. Ach so. Oh. Oh, ich bin schon wieder Leveler. Nein. Du musst dich wiederbeleben. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Alter. Ich weiß nicht wie das geht. Guck mal, ich komm hier nicht mal durch. Drück einfach Y. Wie, wie drück ich Y? Das ist es ja. Wie drück ich Y? Weil mir lag das gerade extrem. Ja, das seh ich. Y. Hä? Y. Ich weiß nicht was Y ist. Sehrlich? Ja. Vielleicht linke Maustaste oder so? Ne, rechte Maustaste. Rechte. Sicher? Ja. Ja, ich hab's grad versucht aber irgendwie... Alter, what the fuck? Der verrückte Modus, ne? Wie, wie, wie ist es? Oh. Ja, ist okay. Vielleicht sterben wir. Vielleicht auch nicht. Nein, das schaffe ich das. Schaukel ich das Ding. Da schaukst du, schaukelst du. Schaukst du? Schaukst du? Schaukst du. Oha. 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 Ja, das könnte auch ein bisschen schwieriger werden. Ja, schön, dass die mir die Sicht blockieren. Gott. Nein, ich bin tot. Ups. Schaukel ich. Loy. Ich feier das. Ja. Richtig. Oh, das sieht ja schön aus. Du hast auf Stärke gelevelt auf jeden Fall. Wie geh ich denn hoch und hoch? Ach, das geh ich. Du kannst ja bald die Level 25er Waffen holen, ne? Ja. Ja. Und eventuell müssten wir auch mal bei den X graben. Dann, ich weiß nicht, ob wir im verrückten Modus neue Waffen kriegen. Hä? Dann theoretisch ja schon. Hä? Ach, ich konnte nicht leveln. Also, weil ich Enter gedrückt habe. Ist okay. Mach ich das nächste Mal. Mach ich das nächste Mal. Ich wollte es ja nicht. Ich wollte es ja noch spannend machen, ne? Natürlich. Ich wollte ja nicht. Okay, das ist aber direkt die Arena nochmal, also. Achso, wir hätten vielleicht hier Potions kaufen sollen. Naja, Quatsch. Eventuell. Können wir nicht gegen ihn kämpfen? Ne, ist auch schon mies. Ne. Im Gegensatz zu ihm. Ne, im Gegensatz zu ihm jetzt nicht so. Okay, so geht's. Jetzt direkt drauf. Ja. So geht's. So will ich mich nicht beschweren. Das ist nicht von Anfang an gemacht. Keine Ahnung. Ich war... Ähm. Ich wusste es nicht besser. Aua. Alter. Heilige Scheiße, wie der auch abgeht. Aua. Er ist doch fast tot. Äh, tot. Mit D. Tot. Au. Oh. Jetzt bin ich tot. Echt, halt? Scheiße, Alter. Oh mein Gott. Ich bin auch tot. Okay, lass uns mal... Wir haben keine Heel-Pushen. Ach. Du kannst doch mal leveln. Ne, ich hab eben nicht leveln, deswegen. Ach ja, Hardcore ist schon schön. Ähm, jetzt frage ich mich gerade. Ja. Eckfried, ne? Sicher? Ja. Ja. Det-de-de-det-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Fack. Let-de-de-de-de... Wie locker das ist? Pass auf, ich habe gerade den Boden ge... Ja. sieht man kauf was ja kauf was hallo freund was los ich habe was du brauchst auf was ja ist die original stimme einfach was mache ich wieder der modus verstand da zurück zum normalen modus nein jetzt muss es aber wenn ich dann wäre auch heute einfach so wieso hängen da oben hängen alle prinzessin weil die doch gleich weiter genommen werden weiterhin führt also das ist ja gleich sehen wir machen doch alleine ach so wir beide hängen okay passiert meine ach so hinten kann man ihn nicht treffen ok das ist ja logisch oh das war knapp oder doch kann der blocken okay jetzt geht er mal jetzt geht er mal ein bisschen auf dich er kann alles er ist gott oh vorsicht vorsicht weg da diese verkackte schutzschild auf dem rücken ja wie ich meine ganze magie verschwende ja warum tust du das weiß ich auch nicht wo bin ich da wo kann ich ihn nicht treffen ach so weil er gar nicht trägt okay ähm was denn das schön gesagt das bin ich auch schon auf der nächsten party war das totale renn halt der knüller spaß das wird feuer schlag vorsicht 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 das kann ich auch anzünden ja ja dann bin ich dann heiß um gottes willen man komm jetzt jetzt muss das ja der ist doch fast tot jetzt kommt noch einmal weg 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 komm jetzt wo bin ich da ja da hinten bin ich das ist aber auf mich gerade fixiert ach gleich müssen wir noch gegeneinander kämpfen war das nicht so ach ja das kann auch so ein das wird spaßig oh fuck das wird spaßig jetzt 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 meine geht doch Oh er hat geweint oh 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 ah oh ah oh 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 że Wir brauchen noch Geld. Davon mal abgesehen. Meins. Alter. Wie sie drauf geil sind. Einfach auf das Geld. Und Spaß. What the fuck? Was geht mit dir schief? Wie kämpfe ich dagegen dich? Einfach so? What the fuck? Ich bin echt ein Bastard. Ich könnte dich eigentlich so geil grillen. So. Verdammt, wie bist du da rausgekommen? Boah, dein scheiß Vieh, ne? Gekäppt. Nein. Gekäppt. So ein Scheiß. Dafür habe ich mehr Geld. Oh, ich habe insgesamt mehr Geld. Mehr XP. Alter. Ich werde versuchen, an alle heranzukommen. Heftig, heftig. Da kriegt man nämlich Achievement für. Gibt es hier Statistiken? Ah ja. Bei Statistiken kannst du sehen, ne? Was du... Aha. Badabadabad. Wolken? Nö, eigentlich auch nicht so. Oh, dann gehen wir noch nach oben. Ne, da war doch eh nichts, oder? Ne, eigentlich auch nicht. Löwen, äh, Möwen, Schlachten. Lol, 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 lol. Ich brauche die Reliquien. Ja gut, ich zuf mal. Hier, warte mal. Dann kann man nicht kaputt. Nein? Ne. Schwannerei. Aber die. Oh, die kann man. Aha. Gut. Dann gehen wir nach oben. Yo. Yo, yo, yo. Ich leuchte. Oh, ich will den Dino haben. Dino. Oh, Dino. Hallo. Ah, haha. Ja. What the fuck? Dino. 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 Nein. Nein. Wollt ihr, der sieht so bescheuert aus, einfach nur. Nein, jetzt hat er wieder den Dino. Ja, Dino. Dino. Stopp, der. Der Dino kann auch zuschnappen, glaube ich. Ja? Ja. Ah, der Typ ist auch so geil, ne? Ohne Spaß, ey. Ah, das ist so ein fetter. So ein dicker, guck. Über den, um den kümmere ich mich. Ah, ah, er hat mich. Er hat mich. Geschieht dir recht. Mit deinem scheiß Dino. Nein, Dino. Alter, wie ich hier aufs Maul bekomme. Und ich einfach alles rasier. Und auch mal. Rasier. Einfach rumgefallen, Alter. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen lustig angehört. Mann, wann stirbt der denn? Ich glaube, dieses Spiel macht mir immer noch Spaß. Nein, wie kommst du da drauf? Gibt es hier irgendwo Kreuze? Da müssen wir mal ein bisschen drauf achten. Ist der jetzt tot? Ja, ist der tot. Ach ja, stimmt. Kreuze gab es ja auch noch. Ah, wie übersieht man es alle? Dino. Meins. Meins. Scheiße. Oh. Ich bin vor, du gedinot. Ich schieb dir recht. Dino. Du mit deinem scheiß Dino, Alter. Ohne Spaß. Nein. Doch. Ja, jetzt. Mein Dino. Mein Dino. Ah. Da, der kann zuschnappen. Das ist geil. Das ist ja auch ohne Dino. Ja, mach mal was. Ich mach das schon die ganze Zeit. Hahaha. Du machst nicht so. Scheiße. Ich schlau hier rum, ja? Ja, du lachst. Alter. Alter. Ja, sieh mir doch. Wie es hier einfach abgeht. Du rasierst nicht so wie ich mit Dino, Alter. Das ist unrasierbar. Unrasierbar. Ja. Das war jetzt selber tot, oder? Jetzt. 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 Meine Güte, was ist denn mit dem los? Es geht mit dir falsch, Alter. Warum leuchtest du? Ich kann leuchten. Ach, wegen deiner Magie-Kasse. Au. Dino. 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 Den müssen wir, glaube ich, erst mal abrichten. Ich bin tot. Du wirst gedinot. Gedinot. Hallo. 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 Ich kann dich nicht mal realisieren. Komm, komm. Warum habe ich jetzt den Dino? Ich weiß es nicht. Ja. Ich bin tot. Hallo. Kann ich? Nein, du bist nicht tot. Jetzt. Du bist tot. Ja. Du auch gleich. Nein. Nicht, wenn ich Dino kriege. Dino. 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 Also. So durch. Einfach nur. Ja. Okay. Das habe ich im Griff. Der Rasierer. Das wird mein Spitz. Nein. Nein. Nicht mehr Pfiffster. Der Rasierer einfach. Ja. Was geht hier ab, Alter? Wenn ich die schaffe, dann bin ich aber ein Level. Das ist echt der Hardcore-Mode, ne? Ohne Scheiß. Nein. Das ist Quatsch. Das ist der Pussy-Mode. Dino. Sag doch, wenn ich hier durch bin. Nee. Kann doch nicht sein, Alter. Wie lange braucht man denn alleine, ne? Was ist das, Alter? Mach dir nur 10 Schaden, Alter. Was ist denn das? Du musst mit deiner Waffe auch nur, na gut, 30. Ja. Und das, weil ich auch im Dino bin. Ja, du steppst jetzt auch noch. Kannst du mal was nachgucken? Was? Da hinten. Hinter diesem Busch da hinten. Ich weiß, da ist ein Tier. Ja, dann hol es. Aber ich... Nee. Ah, das ist so süß. Hälscher. Ich will... Du stehst jetzt wieder da. Nein, du musst da jetzt alleine durch, glaube ich. Echt jetzt? Ich weiß es nicht. Nein. Nein, doch nicht, okay. Ist gut. Was ist... Der älteste Trick der Welt einfach. Ja, zuerst, weil mir nicht funktioniert. Muss ich echt zugeben. Hier, Klapp. Wenn ich jetzt sauber, ja, dann hältst du die... Na. Oh. Was? Nein. Nein. Okay. Warte, hier ist los. Du weißt, was gleich kommt, ne? Du weißt es, 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 du weißt es. Ich will nicht. Ich muss piepeln, piepeln. Du bist gerade umgefallen. Auf andere Spieler warten. Was ist da los? Alle anderen Spieler haben das Spiel verlassen. Nein. Doch. Bin hier. Leu, ich meine, du bist raus bei mir. Oder ich bin raus, keine Ahnung. Bin doch hier. Bin im Hauptschnitt. Ich auch. Spiel abgebrochen. Okay. Einen Moment. Äh, privat. Zwei. Nein. Spiel anlegen. Und einladen. So, seht ihr jetzt alles live, ja? Oh, meine letzte Nachricht zum Ding ist wahrscheinlich auch, oder? Zu dir? Die nette Nachricht. Ähm. Ich zeig's einfach nochmal. Ja, natürlich. Weil du ne Spielprinzip-Hure bist. Ja, ja. Ich hab nicht mal ne Einladung gekriegt. Natürlich. Hab dir doch eine geschickt. Nein. Ich hab nicht mal eine gekriegt. Hier, ich hab jetzt eine andere geschickt. Und tritt auch bei. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Okay, du bist drin. Dann auf grü... Geht nicht. Ach, jetzt. Jetzt. Aber wir müssen ja von vorne anfangen, oder? Nein, um Gottes Willen. Wir müssen nur dieselben Charaktere auswählen. So. So. 54 Sekunden. Ähm. Aber wir können mal ein Folgenende machen. Da, da, da. Ach, was machst du denn? Was mach ich? Was machst du? Das bin doch nicht ich. Ich mach doch grad nix. Ich bin's auch nicht. Nein, nur nicht. Bestätige. Achso. Wollte auch noch bestätigen. Ja. What the fuck? Nein, warte mal. Nein, warte mal. Äh, ich will gleich mal gucken. Blüpp. Hetchup. Okay, wir machen jetzt in dieser Folge noch... Nochmal das durch. Ob dann die anderen Level freigeschaltet sind. Das würde mich ja mal interessieren. Warum nicht einfach auf die Karte? Kann man nicht irgendwie... Äh, warte. Du kannst auch auf die Karte, Alter. Zurück zur Karte. Genau. Ah, ja, okay. Es ist noch freigeschaltet. Ah, okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann probieren wir's nochmal. Genau. Tschüss. Tschüss.